Seba, moin, grüß dich, hi. Phil, grüß dich. Lange nicht mehr gehört, Mensch. Ja, in der Tat, soweit. Ich hab auch mal wieder eine ganz heiße Empfehlung für dich hier. Zack Snyder's Justice League musst du dir angucken. Ein Brett. Hat mich, um ehrlich zu sein, nicht so gerockt. Warum sollte ich mir das angucken jetzt nochmal vor allen Dingen? Ich meine jetzt den Director's Cut, also nicht die Kinoversion, die du gesehen hast, sondern den Director's Cut. Das ist ja ein komplett anderer Film jetzt. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Gefährliches Ganzwissen mit euren drei Langfassungsexperten. Phil, Seba und mir. Hallo. Ja, Director's Cuts, ne? Geiler Scheiß oder viel heiße Luft? Das wollen wir heute klären. Äh, Seba, Seba hat sich tiefgehend mit der Materie beschäftigt. Ähm, was es eigentlich mit Director's Cuts aus sich hat? Sind es komplett neue Filme? Ist es nur Marketing-Gewäsch? Ähm, der Sache wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Es ist natürlich Marketing-Gewäsch. Natürlich. Nein. Um Gottes willen. Selbstverständlich. So, jetzt haben wir die steile These am Raum. Ja. Extrem viel investiert die letzten Wochen. Ich habe sie alle gesehen, alle Director's Cuts, die es gibt. Herr der Ringe am Stück, äh, Special Extended Edition. Natürlich der Hobbit danach direkt auch nochmal hinterher geklemmt. Seitdem habe ich keine Freundin mehr, aber es hat sich gelohnt. Ja, dafür hast du gelebt. Also, genau. Ja, cool. Nee, ähm, wie schon im Telefonat erwähnt, also der Anlass ist ja eigentlich tatsächlich hier, ähm, Zack Snyder's Justice League. Und, äh, der Film hat mich einfach wieder mit diesem Thema Director's Cuts irgendwie in Verbindung gebracht, weil, ähm, es ist schon wieder länger her, seitdem ich den, seitdem ich einen richtig guten Director's Cut gesehen habe und, äh, einen guten Director's Cut macht ja tatsächlich aus, dass nicht einfach nur irgendwie, ähm, ja, ich sag mal die sprichwörtlichen Filmschnipsel, die nach dem Dreh irgendwie eben im Schneiderraum gefunden wurden, nochmal integriert wurden, sondern dass, ähm, ein richtig guter Director's Cut dem Film ja wirklich einen komplett neuen Spin verleiht. Und, ähm, das war eben beim besagten Justice League der Fall und, äh, dementsprechend da halt auch meine wärmste Empfehlung für jeden, ähm, dem die Kinofassung nicht gefallen hat, äh, dieser neuen Version halt eine Chance zu geben, ja. Aber, aber jetzt tatsächlich mal, ähm, was ist denn der, der Unterschied, weil auf der einen Seite reden wir von Herr der Ringe Extended oder Extended Cut oder irgendwie so etwas und auf der anderen Seite gibt es den Director's Cut, sind das einfach die gleichen Bezeichnungen oder ist das tatsächlich dann auch, äh, von der, von der Art der, der, des neuen Inhalts ein Unterschied? Naja, ich sag mal, im Grunde müssen wir ja wieder mal, äh, vorne anfangen und grundsätzlich mal klären, was es eigentlich für verschiedene Cuts und, oder für verschiedene Versionen gibt. Und, ähm, ich sag mal, wenn man jetzt einfach mal blöd in Wikipedia reinguckt bei dem Director's Cut und dann liest, ein Director's Cut ist die Schnittversion eines Spielfilms, mit welcher der Filmregisseur seine persönliche künstlerische Intention umsetzt, trifft es eigentlich schon ziemlich genau. Genau, so, tun das Regisseure, zumindest in der Theorie, ne? Genau, ähm, tun das Regisseure eigentlich nicht immer bei jedem Film und da muss eigentlich die klare Antwort sein, nein, ähm, in den meisten Fällen ist es ja so, dass gerade, ähm, in Amerika, in Hollywood es gängig ist, dass Regisseure den Film erstmal nur drehen, äh, ein Cutter dann den, ja, sogenannten Assembly Cut vornimmt, das heißt, das ist, ähm, im Prinzip eine Rohversion des Films, dann wird der Regisseur nochmal hinzugezogen, der dann quasi, ähm, ja, bestätigen kann oder, oder noch Vorschläge machen kann, was man noch anders machen könnte, äh, und dann gibt es den sogenannten Editor's Cut, der im Prinzip fast schon fertig ist, ähm, ähm, das Recht an dem sogenannten Final Cut, ne? Das, was dann am Ende tatsächlich ins Kino kommt, liegt in der Regel bei den Filmstudios und bei den Produzenten. Und, ähm, da ist es so, äh, da gibt es verschiedene Überlegungen, warum ein Filmstudio quasi dann einen, äh, Final Cut nochmal anfassen sollte und von der ursprünglichen, ähm, ja, Intention oder der Schnittfassung des Regisseurs abweicht, ähm, allen voran gibt es da die sogenannten Test-Screenings. Ähm, habt ihr sicherlich auch schon mal von gehört, dass viele Filme, bevor sie regulär ins Kino kommen, äh, in einem frühen Stadium einem kleinen, aber, ähm, repräsentativen Testpublikum gezeigt werden, äh, und dann quasi geschaut wird, wie kommt dieser Film bei dem Publikum an? Hat er, äh, hat das Publikum den Film komplett verstanden? Gab es, äh, keine Probleme dem, dem Ganzen zu folgen? Äh, wie wurde insbesondere, ähm, die Botschaft, das Ende des Films aufgenommen? Äh, und je nachdem, wie diese Reaktionen dann sind, ähm, ja, kommen dann eben Studios und sagen, das ist aber nicht ganz die gewünschte Intention, die wir jetzt, ähm, mit dem Mainstream-Publikum erreichen wollen, äh, und deswegen muss da nochmal die Schere ran. Ja. Ist ja häufig ein sehr unangenehmer, also nicht häufig, aber hin und wieder ein sehr unangenehmer Prozess für Filmschaffende, ne, weil Studios dann ja eben der Kommerz dann durchscheint und nö, das versteht keiner und so und dann werden halt so Änderungen vorgenommen, die dann häufig nicht im Sinne des Regisseurs sind, ne? Vollkommen. Ähm, ich meine, eine, die, die Sache, die am häufigsten vorkommt, sind Kürzungen aufgrund der Länge und, ähm, da sind wir im Prinzip schon bei dem ersten Teil. Es ist am lukrativsten, wenn du einen Film hast, der am besten zwei Stunden lang ist, maximal zweieinhalb Stunden, weil du so, äh, zwei Abendvorstellungen in Kinos realisieren kannst. Jeder Film, der im Prinzip drüber ist, mit drei Stunden, dreieinhalb Stunden oder vier oder was auch immer, ähm, lässt ja quasi dann entsprechend pro Abend nur eine Vorstellung zu, äh, und das schmälert dann den, ähm, ja, in Aussicht gestellten Ertrag dann ja schon mal um einiges. Das heißt, viele Studios pochen im Prinzip schon mal darauf, einen Film zu kürzen, damit er eine entsprechende Länge erreicht. Ähm, einen weiteren Aspekt gibt es, ähm, von dem ihr mit sicherlich, äh, mit Sicherheit auch schon gehört habt, ist das sogenannte Kürzen aufgrund der Freigabe, die ein Film dann bekommt, ne? Also ein Filmemacher, der sich im Prinzip komplett erstmal austoben darf mit einem Film und da, äh, ja, einen entsprechend hohen Grad an Gewalt oder sagen wir auch Nacktheit erreicht in dem Film, ähm, disqualifiziert eine bestimmte Freigabe. Zum Beispiel dieses berühmt-berüchtigte PG-13, wo auch Jugendliche ins Kino gehen können. Und dann kommen oft die Studios und sagen, nee, wir haben aber damit geplant, dass, äh, eben dieser Film auch für einen Großteil des Publikums zugänglich ist, äh, und diese und jene Szenen sind dann entsprechend bitte auch erstmal zu entfernen, äh, damit entsprechende, ähm, ja, ich sag mal Ziel, äh, äh, Freigabe erreicht werden kann. Am besten erklärt man solche Sachen dann auch an entsprechenden Beispielen und, und wann das überhaupt en vogue wurde und wie das kam. Und ich glaub, ähm, wirklich, ähm, Langfassungen gab es vereinzelt auch schon, äh, zu Zeiten des Fernsehens. Das heißt, als Filme damals aus dem Kino rausgingen, war ja so die nächste Verwertungsstufe des Fernsehens. Da war es extrem selten, aber es gab in einigen Fällen, dass Langfassungen von Filmen gezeigt wurden, um den Zuschauern eben quasi nochmal ein Erlebnis zu bieten, das sie im Kino nicht hatten, indem sie einfach dann eine verlängerte Fassung von dem Film sahen. Das war jetzt aber noch nicht so der klassische Directors Cut, äh, wo man den Filmemacher nochmal hinzugezogen hat und gesagt hat, so, jetzt hier hast du die Chance wirklich deine Version so zu erstellen, wie du sie ursprünglich geplant hattest. Der eigentliche Directors Cut, das ist so eine, ja, nicht Modeerscheinung, weil es gibt's ja bis heute, äh, ist eine Erscheinung, die mit dem Home Entertainment quasi Einzug hielt. Damals mit den VHS-Kassetten, als sie aus den Videotheken dann irgendwann auch, ähm, ich sag mal, groß im Verkauf waren, äh, da wurde es immer üblicher, dass bei bestimmten, insbesondere Kultfilmen, dann spezielle Versionen für den Heimgebrauch erstellt wurden. Und, ähm, ich glaube, eines der bekanntesten Beispiele in diesem Zusammenhang ist der Film Blade Runner, äh, in mehrfacher Hinsicht. Ähm, also von Blade Runner gibt es tatsächlich, ähm, wenn man es so zusammenzählt, fünfgängige Fassungen, die man gucken könnte. Veröffentlichte, ja. Veröffentlichte Fassungen tatsächlich, ja, vier veröffentlichte und eine, ähm, dann erst später veröffentlichte Fassung. Ähm, und da kamen nämlich folgende Sachen, die wir vorhin mit dem Testpublikum auch erwähnt hatten, zum Tragen. Nämlich war es so gewesen, dass, ähm, der Film so, wie er ursprünglich erstellt war, das Studio gesagt hat, ja, okay, aber wir haben jetzt Testvorführungen gemacht und scheinbar, äh, können die Leute diesem Film nicht wirklich folgen, äh, und deswegen schlagen wir vor, dass erstens, ähm, quasi noch ein nachträgliches Voice-Over erstellt wird, äh, die die Gedanken des Protagonisten offenlegen, indem er quasi dann dem, dem Zuschauer auch wirklich erklärt, was gerade in ihm vorgeht. Und, äh, das andere war, dass das Ende des Films tatsächlich von einem, ich sag mal, weitestgehend offenem Ende, äh, hin zu einem klassischen Hollywood-Happy-End-Ende geändert wurde. Beides hervorragende Entscheidung. Nee, definitiv nicht. Ähm, ich fand's witzig, dass Harrison Ford, äh, genau dieses Thema bei der diesjährigen Oscar-Verleihung nochmal aufgegriffen hat, als er, äh, den Oscar für den besten Schnitt, ähm, ähm, präsentieren durfte. Ähm, aber tatsächlich war's auch damals schon so, dass weder Harrison Ford, noch der Regisseur, noch sonst irgendjemand, der an diesem kreativen Prozess abseits des Studios beteiligt war, äh, zufrieden war mit den Änderungen, die das Studio vornehmen wollte. Und, äh, Harrison Ford hat dieses Voice-Over bewusst, ähm, ich sag mal, äh, anteilnahmslos eingesprochen. Und, äh, so kam's dann eben auch rüber. Und, ja. Und für alle, also, für alle, die's nicht gesehen haben, versucht das wirklich mal, euch die Originalfassung von Blade Runner allein dieser Szenen wegen mal reinzuziehen. Das ist wirklich ein Graus. Das ist richtig, richtig hässlich, ja. Ist aber auch tatsächlich mittlerweile nicht mehr, äh, so leicht zu bekommen. Und das ist ja jetzt letztendlich auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, da zahlt sich am Ende des Tages noch jede gut sortierte, äh, Home-Videosammlung aus. Physisches Medium, ne? Ja, weil im Prinzip, äh, man nicht das vorgesetzt bekommt, was das Studio, äh, einem vorsetzen will, sondern man im Zweifelsfall auch noch die Fassungen hat, die mittlerweile in irgendwelchen Giftschränken verschwunden sind. Und da, und da möchte ich ganz kurz mal flexen hier und, ähm, auch erzählen. Äh, ich hab nämlich von Blade Runner diese eine Fassung, die in Amerika nur irgendwie auf Blu-ray rauskam, wo alle fünf Schnittfassungen auch auf Blu-ray drauf sind und so. Ja. Und ich, ich sag's ganz ehrlich, ich guck auch am liebsten von den fünf Fassungen den Directors Cut. Den Directors Cut, okay. Den von 92, nicht den Final Cut, der dann in den 2000ern irgendwann nochmal rauskam, sondern wirklich den, den von 92, den Directors Cut, der damals auch erstmalig auf DVD, glaube ich, erschienen ist, ne? Okay, dann werde ich deine Welt jetzt aus den Angeln heben, weil, äh, was du wahrscheinlich nicht wusstest, dieser Directors Cut, ich war ja vorhin quasi, wann wurde das überhaupt on walk mit Directors Cuts? Ähm, 1992, als Home-Video groß war, hat Warner den Directors Cut von Blade Runner veröffentlicht. Zwar war's so, ne, aufgrund der Studioentscheidung, Blade Runner war in der Kinokasse nicht wirklich erfolgreich gewesen, das war eigentlich ein Film, der erst später im Verleih in den Videotheken immer mehr, ähm, ja, Buzz bekommen hat und so als Geheimtipp, ne, Word of Mouth dann über Mundpropaganda weiterempfohlen wurde. Und als dieser Film immer mehr zu einem Kultklassiker aufstieg, entschied sich das Studio, die ursprüngliche Fassung von Ridley Scott wieder herzustellen, ne, auf Grundlage der Notizen, die dem Studio noch vorlagen. Aber Ridley Scott selbst war bei diesem Prozess gar nicht involviert. Ne, das heißt, es ist im Prinzip... Haben sie trotzdem gut gemacht. Haben sie, haben sie definitiv gut gemacht. Und, äh, so entstand dann eben besagter Directors Cut, der dieses Happy End wieder entfernt hat, äh, der, äh, dann wieder dieses offene Ende hatte, äh, der jegliche Voice-Overs in dem Film entfernt hat, weil sie auch einfach unnötig waren. Und, äh, um den Film zu verstehen, also, ich sag mal, jeder normal denkende Mensch kann dem Film auch so folgen und zumindest sich dann auch einen Reim drauf machen, was in der Figur vorgehen könnte. Ähm, long story short, erst, ähm, 2007 ist jetzt der sogenannte Final Cut erschienen. Ähm, das ist, glaub ich, auch das Jahr gewesen, wo du dann deine, ähm, ja, tolle, 5 Blu-ray-DVD-Box, äh, quasi abgestaubt hast. Äh, und an diesem Final Cut war dann tatsächlich auch Ridley Scott zu geben und, äh, zugegen und wollte dem Film jetzt wirklich den finalen letzten Schliff verpassen. Deswegen auch die Bezeichnung Final Cut. Weshalb ich diese Fassung aber nicht gern gucke, ist wegen dem Fake Color Grading. Ja. Und das nervt dann schon wieder, weil ich mir denke, okay, eigentlich ist es die ultimative Fassung, aber sie sieht halt nicht aus wie der originale Film. Und da denke ich mir so, ach, okay, kann man es nicht einmal richtig machen. Das ist am Ende des Tages Geschmackssache, ne? Aber man, man muss ja letztendlich tatsächlich dann zugestehen, äh, in dem Fall ist es die von dem, äh, Regisseur, äh, ja, entsprechend seines, seiner Gedankenwelt, seiner Intention folgende ist Color Grading und eigentlich sollte das die Fassung sein, äh, die dann gilt. Das ist ja so ein bisschen das George Lucas-Ding, ne? Weil ich mein, 1982 gab's halt dieses, diese Tools nicht. Ja. Und dementsprechend ist es halt dann halt auch so, ja, okay, sollten, sollte der Film jetzt einem Color Grading unterzogen werden oder nicht, ne? Also, wie, wie sehr verfälscht ist denn dann tatsächlich die echte Intention von 82? Aber, naja, anderes Thema. Aber eine Sache, die ich noch ganz, äh, kurz ansprechen wollte, die du auch gerade so angemerkt hast, beziehungsweise, es ist so durchgeklungen, dass ja der Directors Cut dann ja häufig die vom Regisseur, äh, sozusagen gefertigte und präferierte Version ist und so. Äh, tatsächlich aber das Beispiel Blade Runner legt ja auch so ein bisschen auf, äh, oder offen, dass da ja auch ein wirtschaftliches Interesse des Studios häufig hintersteht, ne? Sondern, dass die halt einfach sagen, hier, komm, dann machen wir noch einen Directors Cut, dann können wir jetzt nochmal abstauben, dann können wir nochmal die Leute sozusagen dazu animieren, den Film nochmal zu gucken, zu leihen, zu kaufen, wie auch immer, äh, für eine Fassung, die sie noch nicht kennen, ja? Und, und dann, ja, ist es irgendwie auch ein Marketinginstrument nur, ne? Ist es mittlerweile geworden, ne? Also, ich hatte ja vorhin das, dieses blöde Beispiel gebracht mit den Filmschnipseln, die irgendwo nochmal aufgetaucht sind, ähm, mittlerweile ist es, oder es war lange Zeit so, dass es bei gerade Komödien irgendwie on walk war, sobald die Heimkinoveröffentlichung kommt, packen wir irgendwelche Szenen nochmal zusätzlich mit rein, am besten irgendwas, was nochmal, äh, oben ohne ist, äh, und dann können wir das Ganze nochmal als unrated, unrated, extended, extra derb, was auch immer, verkaufen. Ähm, aber die tatsächlichen Directors Cuts, die auch wirklich diesen Namen verdient haben und wenn man genau hinschaut, tragen denen auch nicht wirklich viele Filme, wo wirklich draufsteht, das ist ein Directors Cut. Äh, man muss auch dazu sagen, wir hatten ja vorhin über diesen Final Cut gesprochen, es ist die Regel in Hollywood, dass die Studios dafür verantwortlich sind, es gibt aber natürlich auch sehr viele renommierte Regisseure, die natürlich per se schon das Recht des Final Cuts haben. Und, ähm, da sind Namen zu nennen, wie, ähm, ja, in der Vergangenheit Alfred Hitchcock, Sandra Kubrick, ähm, David Lynch, aber auch heutzutage Leute wie Christopher Nolan, Steven Spielberg, Peter Jackson, äh, das sind alles Leute, die eigentlich dann auch schon vor dem Studio oder ein entsprechendes Standing haben, dass sie sagen können, ich mach euch einen Film, aber ich will entscheiden, wie der finale Cut auszusehen hat. Und, äh, dann wär's natürlich, ähm, unsinnig im Nachlauf, ähm, dann noch eine Version zu bringen, die diesen Namen trägt, weil in vielen Fällen die Kinokassung eigentlich, äh, die Kinofassung schon die vom, ähm, Regisseur, äh, präferierte Fassung ist. Da muss ein neuer Begriff her. Da muss ein neuer Begriff her. Und wir waren ja gerade bei dem, äh, Thema Final Cut, ähm, wie es eben dann, äh, auch bei, bei Blade Runner jetzt mit der, mit der aktuellsten Version ist. Und ich glaub, das, äh, nächste große Beispiel eines Films, der, äh, diesen Namen jetzt seit neuestem wieder trägt, ist, äh, Apocalypse Now, äh, von Francis Ford Coppola, der an sich bei Erscheinung schon auch kein schlechter Film war. Also es war auch damals schon so, dass viele, äh, natürlich gesagt haben, äh, ist ein Meisterwerk, ist ein hervorragender Film, ähm, aber auch da wollte dann, äh, Regisseur Francis Ford Coppola die Gunst der Stunde und der neuen Technik Home Video nutzen mit, äh, Veröffentlichung der DVD, sodass er 2001 gesagt hat, ich erstelle eine neue Fassung von Apocalypse Now. Äh, die hat er auch nicht als Directors Cut bezeichnet, sondern, äh, die hieß ja dann Apocalypse Now Redux. Und, ähm, gerade mit dieser, mit dieser Unterscheidung vom Begriff her Redux ging es im Primär jetzt auch erstmal nur darum, ähm, zusätzliches Material den, äh, Zuschauern noch zur Verfügung zu stellen, äh, um dem Film dann eben nochmal neuen Spin zu geben. Und, äh, so wuchs dieser Film dann um, um, um satte 49 Minuten auf, äh, von ohnehin schon drei Stunden auf, ähm, dreieinhalb Stunden, ähm, äh, sorry, von zweieinhalb Stunden auf dreieinhalb Stunden mit 50 zusätzlichen Minuten, ähm, aber viele waren auch mit dieser neuen Filmfassung nicht so weit zufrieden, dass sie gesagt haben, äh, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Also, das, ähm, nimmt dem Ganzen dann auch ein bisschen, äh, an Tempo und es hat dem Ganzen dann auch schon wieder fast so einen psychedelischen Stil verliehen, dass man sich da wirklich, ähm, über Minuten lang, äh, äh, quasi den Soldaten zuguckt, wie sie, wie sie ihren Alltag dort verbringen in Vietnam, äh, so dass jetzt, ähm, mit 2019 tatsächlich eine neue Version auch wieder erschienen, die kürzer ist, ne? Also auch den Weg gibt's oft bei Regisseuren, dass sie sagen, äh, ein Directors Cut kann auch durchaus eine kürzere Fassung sein, ähm, und der Final Cut von Apocalypse Now ist jetzt dann tatsächlich auch wieder 20 Minuten kürzer als die letzte Fassung gewesen. Und da, da muss ich sagen, da hört bei mir das Verständnis dann so ein bisschen auf, weil ich mir so denke, lass die Kunst die Kunst sein, ne? Also, ich meine, das war ja auch die Diskussion bei George Lucas und den Special Editions damals schon, ne? Wie sehr sollte man da jetzt eigentlich Einfluss nehmen und so weiter, ähm, und ich denk mir halt, weißt du, es gibt Filme, die haben einen Standing in der Geschichte und so, lass sie halt gut sein, also lass sie halt dieser Film sein, ähm, und da gab's ja jetzt zuletzt, ich glaub, auch da ist Stanley, äh, nicht Stanley Kubrickson, Francis Ford Coppola wieder der Schuldige, mit der Pate 3, da hat er jetzt auch wieder eine neue Fassung rausgehauen, wo ich mir so denke, hey, du wirst den Film jetzt auch im Schnitt nicht retten können, also, da sind, da sind einfach Dinge, die einfach so per se schon mal schlecht sind, da wird jetzt auch eine neue Fassung irgendwie nichts ändern und ich glaub, hat dann am Ende tatsächlich auch nicht für irgendwie Stürme der Begeisterung gesorgt am Ende. Jaja, äh, du sagst es ja schon, wie gesagt, es gibt zwei unterschiedliche Intentionen und du hast, äh, äh, die Special Editions angesprochen von Star Wars und, ähm, ich mein, die heißen auch nicht Directors Cut, weil, ähm, wie viele auch wissen, war George Lucas auch nicht wirklich der Regisseur bei allen, äh, drei klassischen Filmen, ähm, dementsprechend hat er als Produzent dann die Möglichkeit genutzt, die Filme nochmal nachträglich zu bearbeiten und viele finden's auch, ähm, sehen's als Verschlimmbesserung und finden's auch schade, dass mittlerweile nur noch diese neuen Versionen verfügbar sind, ähm, die haben zwar tolle, äh, visuelle Effekte und, und haben auch irgendwie alle hier und da mal irgendwie eine neue Szene drin, ähm, aber vielen ist ja sehr daran gelegen, die ursprüngliche Fassung, ähm, die ja auch ein gewisses Statement hat, ne, also so wie der Film damals erschien, war der ja bahnbrechend und, und genau das will man ja dann irgendwie auch, äh, in Zukunft nochmal erleben können. Ähm, der Ansatz, den wir vorhin hatten mit, äh, Peter Jackson, der bewusst auch gesagt hat, das ist kein Directors Cut, ich bringe jetzt wirklich für die Fans eine andere Filmfassung, die einfach mehr von dieser Welt zeigt, ist ja auch legitim, ne, dass man einfach sagt, so, für die Ultrafans, die es auch wirklich haben wollen, äh, hier dann entsprechend eine roundabout, äh, 40, äh, 50 Minuten längere Fassung, die einfach viel tiefer in diese Welt eintaucht, ähm, ohne mit dem Anspruch daran zu gehen, das ist jetzt die bessere Filmfassung, sondern einfach nur zu sagen, hier, das ist eine andere Filmfassung für jeden, der einfach mehr Zeit in, in Mittelerde verbringen will, äh, ist das hier der, ähm, der Film, den man sich angucken kann. Way to go sozusagen, ja. Ähm, aber zurück zu den Themen, die jetzt eigentlich wirklich interessant sind und das sind die Filme, die, äh, im Grunde genommen wirklich komplett schiefgelaufen sind. Blade Runner, hatten wir vorhin schon, ist, ja, zu großen Teilen schiefgelaufen, wurde dann jetzt quasi mit, ähm, mit dem Directors Cut oder dem Final Cut dann rehabilitiert, äh, und Justice League war eben auch so ein Beispiel. Und, ähm, da ist es eben so gewesen, dass der Regisseur zwar die, ähm, einen Großteil des Films dann gefilmt hat, äh, aber dann aus persönlichen Gründen aus dem Projekt aussteigen musste und, ähm, schon da gar keinen Einfluss mehr hatte auf den finalen Cut und, äh, mit Josh Whedon, neuer Regisseur hinzugeholt wurde, äh, der vom Studio dann auch noch mehrere Auflagen bekam, nämlich einmal, äh, diese zwei Stunden wirklich einzuhalten, äh, und zum anderen die Tonalität des Films doch bitte insofern anzupassen, äh, als dass sie mehr den neueren Marvel-Filmen entspricht, weil die ja so erfolgreich sind im Gegensatz zu den DC-Filmen zu der Zeit. Und, ähm, das war für viele Fans war das halt nach vorne, weil die, die Trailer und alles, was man im Vorfeld von Zack Snyder schon gesehen hat, haben einem etwas komplett anderes versprochen als das, was dann am Ende des Tages im Kino gezeigt wurde. Und, ähm, dieser, diese neue Fassung ist ja auch nur dann daraus entstanden, dass viele Films es gefordert haben und gesagt haben, hier, Warner, äh, es gab ja diesen Hashtag Restore the Snyderverse, stellt bitte diese ursprüngliche Fassung, die ihr uns damals versprochen habt, wieder her, ähm, und, ne, seit dem Kinostart damals 2017, vier Jahre später, jetzt kann man diese Fassung endlich sehen, ähm, da sieht man auch, dass zwar natürlich viele Filmszenen immer noch dieselben sind wie in der Kinoversion, dass aber, ähm, so Parameter wie eine neue Musik, äh, neues Bildformat, die Länge vor allen Dingen auch, wie Charaktere ausgearbeitet werden, äh, dem Film kompletten anderen Spin verleihen und, ähm, einfach von diesem... Und ein neues Colorgrading. Und ein neues Colorgrading. Ja, nee, in der Tat. Ein wichtiges Thema, ja. Definitiv ein wichtiges Thema. Äh, dem Film halt einen komplett neuen Spin verleihen und, ähm, im Prinzip auch das wiederherstellen, was die Fans, äh, was die Fans ursprünglich sehen wollten. Ja, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was da das Ende vom Lied war, vielleicht hast du den Film auch auf deine Liste, aber so ein Beispiel aus der Filmgeschichte ist ja auch Alien 3, ne? Oh, ja. Ähm, wo der Film einfach auch massiv schiefgelaufen ist, weil da auch irgendwie dreimal Regisseur durchgewechselt wurde. Am Ende hat es David Fincher gemacht, ne? Aber auch nicht so, wie er es machen wollte, ja. Genau, genau, weil die haben ihn eigentlich irgendwie, also so wie ich es in Erinnerung habe, zumindest reingeholt, weil er irgendwie coole Musikvideos gemacht hat und dann machen die jetzt so einen Alien-Film und der soll ungefähr in dem Stil sein und dann hat das Studio da andauernd interveniert und so. Und ich glaube, von dem Film, ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Fassung gibt, die als die Fincher-Fassung gilt oder ob wir das jemals sehen werden, weil vieles davon, was er machen wollte, wurde ja wahrscheinlich auch nie gedreht, so, ne? Ja, also tatsächlich gibt es da, ähm, gibt es da was im Home-Video-Bereich, äh, das vor ein paar Jahren erschienen ist und, ähm, das ist jetzt kein Director's Cut, weil Fincher hat mit dem Film abgeschlossen. Er hat gesagt, er wird da nie wieder Hand dran anlegen, er will auch überhaupt gar nicht mehr drüber nachdenken, weil, ähm, wie gesagt, dieser Dreh ihm auch dann so schlecht in Erinnerung geblieben ist. Ähm, aber ähnlich wie bei Blade Runner hat man zumindest, ähm, hat das Studio dann gesagt, nee, wir wollen den Fans aber vielleicht ein bisschen mehr von dieser ursprünglichen Version geben und es gibt auf der, äh, Blu-ray und auch auf den 4Ks, ähm, beziehungsweise auf den DVDs, die es davor schon gab, gab es diese Version auch, den sogenannten Assembly Cut, ne? Also auch da eher die, die Rohfassung, so wie der erste Schritt in diesem Prozess eben ist, ähm, wo alles erstmal zusammengefügt wird, was der Regisseur gedreht hat, äh, und den gibt's tatsächlich auf DVD zu sehen und, ähm, oder auf Disc zu sehen und der kommt dem tatsächlich am nächsten. Ähm, aber die Alien-Filmreihe ist ohnehin irgendwie eine, gefühlt eine Filmreihe, wo, ähm, es bei allen Filmen viele Versionen gibt, ne? Ja, ich mein, Ridley Scott, wir hatten ihn grad bei Blade Runner, ist ja auch, ähm, Wiederholungstäter, wenn man so schön sagen darf, ähm, der hat zu Alien 1 dann auch Jahre später nochmal einen Directors Cut gebracht, wo auch wieder die Prämisse greift, dass er den Film eigentlich grundsätzlich nochmal ein bisschen kürzer gemacht hat, zwar nur ein, zwei Minuten, aber er dann festgestellt hat, dass, ähm, im Gegensatz zu modernen Filmen, wo das Tempo ja dann doch ein bisschen höher ist, äh, dass man durch den Schnitt das auch ein bisschen, na, wie sagt man, ähm, Schleife ein bisschen zugänglicher machen kann für ein modernes Publikum. Und, ähm, was gab's noch? Äh, ich mein, Alien 2 mit James Cameron, das ist ja auch kein unbeschriebenes Blatt, was das angeht, wobei James Cameron auch zu den Regisseuren gehört, die eigentlich in der Regel dieses Directors Cut recht von Anfang an haben, das heißt, die Kino-Versionen gelten bei ihm, sei es jetzt Aliens oder Abyss oder, äh, Terminator 2, die gelten bei ihm schon als die ultimativen Fassungen. Dennoch hat es ihn nicht dran gehindert, dann im Nachlauf für Home Entertainment eben sogenannte Extended Editions für die Fans zu bringen, die einfach mehr von dem Film sehen wollten. Mhm. Das finde ich, finde ich irgendwie, ja, ich werde da, glaube ich, niemals warm werden mit, vor allem gerade, was für ein Fan von einem Film ist man denn bitter? Ja. Wenn man dann so fordert, so, nee, ich finde das schon cool, aber le-tune das nochmal ein bisschen, so. Weißt du? Also das ist so, als ob man irgendwie mit seiner Partnerin jetzt zusammen ist und denkt, oh, eigentlich, ich liebe die voll, ne, aber größere Möpse wären schon cool. Aber man so denkt, so, es muss ja auch nicht sein, also, ich mein, das ist ja die Person oder der Film, in den du dich ja verliebt hast, so, was soll das denn? Am Ende des Tages ist es so, ja. Eine interessante Sache hätte ich jetzt noch, um das Ganze dann irgendwie nochmal eine Schleife drum zu kriegen. Ich finde es immer interessant, was überhaupt so ein Director's Credit ausmacht. Ich war da, ich zum Beispiel war maximal verwirrt, als eben bei besagtem Justice League bei der Kinofassung dann trotzdem drin stand in den Credits am Anfang, wie auch im Abspann, directed by Zack Snyder. So, und da fragt man sich so, okay, aber der ist ja ausgeschieden, also am Ende des Tages ist es ja gar nicht mehr sein Film. Es ist aber tatsächlich so, wenn das Gro, also die Mehrheit der Szenen, die von dem Regisseur gedreht wurden, verwendet werden, dann muss es so sein, dass quasi auch dieser Regisseur als eben jener dann gecredited wird. Und es gibt ein ähnliches Beispiel, das liegt ein paar Jahre zurück, aber es erinnert sehr stark an diesen Justice League Fall jetzt von heute. Das war nämlich Superman 2 damals, der von Richard Donner, der schon den ersten Teil inszeniert hat, inszeniert werden sollte. Und das Studio hat sich zwischendrin mit Donner verkracht, weil da ging es eben um Budgetfragen. Er war halt weit übers Budget hinaus und bestand eben darauf, dass man Marlon Brando auch wieder verwendet in dem zweiten Teil, was diesem dann wiederum Prozente gesichert hätte, die er an den Einnahmen des Films bekommt. Und so, dass das Studio Warner gesagt hat, nee du, wir schmeißen dich jetzt raus, haben dann Richard Lester geholt. Und der war dann eben gar nicht mehr zufrieden mit der Filmversion von Richard Donner und ließ eben 51 Prozent der Szenen neu drehen für den Film, eben um auch sicherzustellen, dass sein Credit dann am Ende des Tages auf dem Film steht. Und da waren auch durchaus Szenen dabei, die eigentlich schon von Richard Donner gedreht waren, die er einfach laut Buch nochmal hat nachdrehen lassen, um, wie gesagt, eben besagten Credit dann auch zu bekommen. Das ist Kunst mit voller Leidenschaft. Ja, in der Tat, ja. Und dann hat es tatsächlich bis 2006 gedauert, als Superman Returns damals dann neu ins Kino kam. Und es witzigerweise so war, dass Bryan Singer Aufnahmen von Marlon Brando verwenden wollte für diesen Superman Returns. Und die haben sie dann ausgegraben aus irgendwelchen Archiven. Und da ja Marlon Brando mittlerweile tot ist, wurde dann mit dem Nachlassverwaltern, seinen Kindern wahrscheinlich im Zweifelsfall, verhandelt über diese Filmszenen, die verwenden zu dürfen. Und die haben die dann freigegeben, sodass dann auch 2006 dann diese originale Richard Donner Version wiederhergestellt werden konnte. Von dem Superman-Zweifel parallel zu dem VÖ von Superman Returns im Kino. Also, ich kann es nur jedem ans Herz legen, sich mit dem Thema Directors Cuts öfter mal zu befassen. Oft sind da eben auch Filme, die man vielleicht im ersten Rutsch abgeschrieben hat, einfach nochmal eine zweite Chance geben. Weil, wie gesagt, viele Sachen lassen sich oder können sich über den sogenannten Directors Cut nochmal rehabilitieren. Und das andere, warum ich das Thema so spannend finde, ist einfach auch, es ist mitunter auch die beste Filmschule, die man haben kann, indem man einfach guckt, was unterscheidet die eine Version von der anderen. Man sieht halt so viel, okay, wie wird die Musik da eingesetzt? Wie ist der Schnitt? Und was kann ich mit unterschiedlichen Variationen erreichen in der Aussage eines Films, was eben dieses Thema so unheimlich spannend macht? Ja, ich finde das ganz witzig eben bei Blade Runner. Die Unterschiede sind jetzt nicht riesig, sage ich mal. Also, die Kinofassung mit dem Voice-Over, die fällt schon ab. Aber die üblichen Fassungen, die sind sich relativ ähnlich. Trotzdem hat man während des Films irgendwie immer so ein leicht anderes Gefühl beim Gucken. Also, da sind wirklich so Nuancen eigentlich, die es ausmachen. Aber allein, dass man es irgendwie spürt, zeigt ja schon, wie wichtig solche Entscheidungen dann sind. Ja, vollkommen gut. Ein letztes Beispiel noch? Sehr gerne. Okay, Once Upon a Time in America, der Klassiker von Sergio Leone. Ist so ein bisschen das, an dem der Regisseur damals auch gescheitert ist. Weil er hat dieses Epos erstellt, diesen Western, der eben in Amerika spielte. Und bei der Vorstellung damals, 1984 bei den Filmfestspielen von Cannes, wurde eben dann auch die komplette Version von ihm gezeigt, die um die 250 Minuten ging. Und es war dann auch tatsächlich so, dass das Publikum in Cannes mit 15-minütigen Standing Ovations diesen Film gefeiert hat, bis zum Gatner. Und dennoch hat das Studio, das diesen Film in Amerika releasen sollte, entschieden, nein, das ist zu lang für das amerikanische Publikum. Das ist auch viel zu gewalttätig. Da müssen wir jetzt quasi mit der Schere ran. Die haben dann eine unfassbar kurze 139-Minuten-Fassung draus gemacht. Im Prinzip auch die nonlineare Erzählstruktur von ihm auseinandergenommen. Und quasi das Ganze so umgeschnitten, dass ein linearer Handlungsstrang daraus wurde. Weil das versteht keiner. Ja, weil eben für das Publikum im Kino definitiv zu hoch war. Ja, long story short, der Film wurde dann ein Riesenflop in Amerika, zumindest beim Start in den Kinos damals. Und was Sergio Leone eben dann auch dazu bewegt hat, nach dem Film keine weiteren Filme mehr zu drehen. Was halt dann echt eine traurige Konsequenz ist. Und die europäische Fassung galt immer so als das Meisterwerk, das irgendwo da draußen schlummert. Und aktuell sind tatsächlich auch Martin Scorsese und die Erben von Sergio Leone dran, diese ursprüngliche Fassung wieder herzustellen. Und sie hatten es auch nahezu geschafft. Also sie hatten 2012 dann bei den Filmfestspielen in Cannes einen Großteil der Szenen zurückgeholt und konnten dann eben eine restaurierte Version dann dort aufführen. Und wie beim letzten Mal auch gab es Standing Ovations und ein Film, der wirklich ein Meisterwerk ist. Aber auch nur, wenn man ihn in der Fassung sieht, wie sie eigentlich vom Director intendiert wurde. Ja, krass. Ich habe neulich, also das ist jetzt auch kein Director's Cut gegen Nicht-Director's Cut, aber eben auch interessant eben, was man so bestimmten Audiences irgendwie zumutet oder nicht zumutet. Ich habe da neulich in der Sendung auch mal drüber gesprochen mit Austin Powers. Da gibt es dann diese, also ich kannte immer nur die internationale, europäische Fassung, sage ich mal. Und du erinnerst dich bestimmt auch, du kennst den Film ja. Wo dann immer die Wachleute irgendwie niedergemetzelt wurden, gestorben sind, wie auch immer. Und dann gab es immer so ein Cutback, so ein Cutaway zu der Familie oder zu irgendwelchen Angehörigen, die dann um diese Person trauern, weil das immer so anonyme Wachleute sind und so. Und jetzt habe ich neulich zum ersten Mal die amerikanische Fassung gesehen und diese Szenen fehlen komplett in diesem Film. Und da war ich auch so, hä, why? Also wenn es jemand weiß von unseren Zuhörern auch gerade, dann sagt es mir bitte. Also ich bin total, also für mich ein totales Mysterium, weil ich habe da nichts zu gefunden, weshalb das so ist, sondern nur, dass es so ist. Aber mich würde es total interessieren, ob man da irgendwie, ja, weißt du, in dem Veteranenland Amerika da jetzt irgendwie mit sowas nicht gut umgehen kann oder dass man das den Leuten nicht zutraut, irgendwie, die Konfrontation mit Tod und Trauer. Und ja, also ganz, ganz seltsam. Hat den Film jetzt keinen Abbruch gemacht. Nee, aber es ist gerade auch verrückt zu sehen, was es in so verschiedenen Fassungen auch länderweise für Unterschiede geben kann. Ich meine, ich hatte vorhin darüber gesprochen, dass Quentin Tarantino ja in der Regel schon immer einen Directors Cut erstellt per se. Dennoch gab es ja bei einigen Sachen so ein paar Kuriositäten zum Beispiel, die kennst du ja auch noch, Micha, die Kill Bill Volume One. Da gab es ja für Japan eine speziell angepasste Fassung. Stimmt, ja. Die nicht in Schwarz-Weiß war. Genau, wo die berühmte Schwarz-Weiß-Kampfszene eben in Farbe war. Und auch deutlich, deutlich nochmal hochgeschraubt wurde vom Gewaltgrad. Und dann gab es ja auch noch diese exklusive Langfassung von The Hateful Eight, die eben nur in 70-Millimeter-Projektionen im Kino lief, die aber auch mittlerweile über Umwege zu finden ist. Nach meinem Kenntnisstand gibt es die bei Netflix in USA allerdings exklusiv als Miniserie, wo man die quasi die Langfassung in mehreren Häppchen dann gucken kann. Interessant, ja. Wenn es kein Geoblogging geben würde, dann könnte ich das an der Stelle nur wärmstens empfehlen. Tja, Mensch. Ein Riesenthema, ne? Wo man sich irgendwie echt drin verlieren kann eigentlich, weil es gibt so viele unterschiedliche Fassungen zu so vielen unterschiedlichen Filmen, die so unterschiedlich genannt werden auch. Also, ne? Directors Cuts, Extended Cuts. Oder alles für die Cuts. Oh. Oh, ey. Genau, lange sind schneiden wir hingearbeitet. Schneiden wir raus. Den Gag. Ja, nee, lassen wir drin. Ja, sehr gut. Ja, vielen Dank, Silber. Ja, total. Danke, vielen, vielen Dank. Für die Aufbereitung des Themas. Ja, und an der Aufruf an alle Zuschauer, ne? Überlegt euch genau, wie ihr eure zwei bis acht Stunden investieren wollt, wenn ihr euch irgendeinen Film anguckt, recherchiert, was gibt's für Fassungen und welche davon wollt ihr sehen und warum. Ja. Oder guckt sie alle. Auch eine Möglichkeit. Am Stück. Am Stück am besten, genau. Ich hab das tatsächlich mit Blade Runner gemacht. Ich hab die mal alle zusammen geguckt. Also nicht zusammen, also mal so hintereinander. Nicht an einem Tag, aber... Das sollte man auch machen, weil, wie gesagt, wenn man grad so ein bisschen vergleichen will, mach ich das auch gerne, dass ich an einem Tag dann die eine Fassung gucke und dann am nächsten Tag dann die andere. Ja. Ja, sehr schön. Seba, vielen, vielen Dank dir. Vielen Dank, genau. Ich danke euch. Wir hören uns bald wieder. Auf zum nächsten Directors Cut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017